Herzlich willkommen bei «Bewusstsein». Wie gut können Sie mit Kritik umgehen? Kritik ist unbestritten für niemand etwas Angenehmes. Wieso? Weil die Person, das Verhalten und all das bewertet wird und dadurch auch Ängste aufkommen. Angst nicht zu genühen, Angst ausgeschlossen zu werden, Angst nicht kontrollieren zu können, was gerade passiert. Aber ein Tipp an dieser Stelle könnte sein, dass man die Kritik gar nicht als persönlichen Angriff sieht, sondern als Trigger. Was heisst das? Du musst dir vorstellen, wenn jemand dich kritisiert, dann triggert die Person in dir etwas. Das heisst, sie erinnert dich an ein frühiges Erlebnis. In diesem Erlebnis bist du verletzt oder gemobbt worden in der Schule. Das heisst, eine Kritik ist oftmals einfach nur eine Erinnerung an ein vergangenes Erlebnis. Und aus diesem Grund füllt es dich so sehr auf. Aber was viele nicht sehen, ist, dass du oftmals für die Person, die dich kritisiert, ohne Trigger bist. Das heisst, du erinnerst dich an irgendjemanden aus der Vergangenheit. Es kann durchaus sein, dass du vielleicht in dieser Person irgendeine Angst erweckst, dadurch, dass du vielleicht etwas schaffst, etwas erreichst und die Person sich vielleicht nicht getraut und dadurch in diesen Mangel kommt, in das Gefühl kommt, hey, ich hätte das auch gerne, ich würde das auch gerne schaffen, ich hätte auch gerne die Komplimente, aber ich bekomme es auch nicht. Das heisst, wenn eigentlich Leute sich gegenseitig kritisieren, hat das oftmals miteinander gar nichts zu tun, sondern bloss mit den Vergangenheiten dieser jeweiligen Personen. Aus diesem Grund versuch doch das nächste Mal, wenn du jemanden kritisierst oder wenn jemand dich kritisiert, das als Trigger zu sehen, als Triggersituation und vielleicht hat es ja mit dem Gegenüber oder mit dir gar nicht viel zu tun. Alles Gute und wir sehen es wieder bei Bewusstsein mit mir, Gabriel Palacios. Hey, möchtest du dich geistig weiterentwickeln? Dann schau dir die Videos hier an. Du kannst nur gewinnen.